Die Übung Rückwärtsrichten ist ja in der Bodenarbeit, in der Handarbeit vorgearbeitet worden. Das Pferd versteht die Berührungssignale an der Wassertrense. Das Pferd hat Impulssignale von der Gerte bekommen. Es hat gelernt, auf Stimmsignal auch rückwärts zu richten. Es hat die Beinfolge und die Haltungsveränderung ohne Reiter schon durch Wiederholung kennengelernt und auch ein Stück weit automatisiert. Wenn unser Pferd steht, beginne ich langsam, mich mit den Händen von hinten nach vorne durch nachfassendes Nachgreifen in den Kontaktbereich hinein zu bewegen. Versuche auf dem Innenzügel einen weichen Maulkontakt zum Maulwinkel herzustellen, auf dem Außenmaulwinkel ohne zu ziehen, ohne Druck auszuüben. Sitze noch locker, meine Beine sind locker. Ich setze mich nochmal im Sattel auf und ab, zentriere mich und muss jetzt einige Dinge beachten. Das Pferd soll nicht vom Mundstückdruck, vom Gebissdruck rückwärts gehen lernen, sondern das Mundstück, der Gebissdruck, begrenzt nach vorne. Das bedeutet, wir nehmen einen Kontakt auf, passiv. Sollte das Pferd gleich nicht seinen Schwerpunkt nach hinten verlagern, sondern nach vorne, dann würde meine Hand sich hier weich schließen in den Fingern und vielleicht sogar meine Hände ein wenig mit den Fingernägeln aufwärts, Daumen auswärts rotieren. Das bedeutet, dass wir etwas mehr aufwärts in die Maulwinkel einen Druck auf beide Maulwinkel geben. Und das Pferd, das so den Schwerpunkt nach vorne verlagern möchte, wird jetzt den Druck selbstständig etwas verstärken auf den Maulwinkeln vom Mundstück her. Das kennt es von der Handarbeit und als Ergebnis sollte es dann nicht weiter vorwärts gehen. Also wir grenzen nach vorne, ohne rückwärts Druck aufzubauen, aktiv. Und aus dem Sitz und aus den Schenkeln kommt die Impulsgabe, die Impulsionsforderung an das Pferd. Bewege dich, bewege dich mit den Hinterbeinen. Und wie wir schon in der Vorübung sagten, auch das rückwärts ist eigentlich eine Vorwärtsbewegung. Das Pferd soll also die Bauchmuskulatur aktivieren, das Becken entsprechend unternehmen. Dadurch kommt eine Verlagerung nach hinten zustande. Vom Schwerpunkt her und die Schenkelhilfen geben, die Impulse geben, dem Pferd die Botschaft, die Hinterbeine tätig einzusetzen, um die Masse rückwärts zu übernehmen. Ich will das einmal zeigen. Wir nehmen also Kontakt auf. Das Pferd ist abgelenkt. Also zunächst Aufmerksamkeit und Positionierung. Da haben wir sie. Kontaktaufnahme, weich die Maulwinkel fühlen, locker in den Schultern, nach hinten fokussieren, also meine Rückfahrkamera gedanklich ein wenig einschalten. Und jetzt beginne ich mit Sitz an und abspannen und Wadendruck, links und rechts, Sitz und Wade, Sitz und Wade, Sitz und Wade, Sitz und Wade. Da haben wir es schon gesehen. Wenn wir diesen Punkt haben, dann wird der nächste Punkt sein, sobald wir fühlen, dass das Pferd den Rückwärtsschritt anbietet oder die Rückwärtsbewegung verstanden hat, dann entlasten wir ein wenig den Sattelsitz an einigen Bereichen, indem wir etwas mehr Gewicht in die Fersen absenken, uns etwas mehr aufrichten, eventuell die Knie ein klein wenig mit den Oberschenkeln andrücken, sodass unsere Sitzbeinhöcker sich leicht aus dem Sattel heben, minimal, und das Gesäß auch ein wenig aus dem Sattelsitz herausgenommen wird. Dadurch wird der Rücken ein wenig entlastet, dem Pferd die Gelegenheit gegeben, den Rücken im Rückwärts aufzuwölben. Das ist Voraussetzung, wenn es das Becken unternimmt und mit der Beintätigkeit Rückwärtsbewegung generiert, muss es sich im Rumpf heben können und den Rücken aufwölben können. Wir erleichtern ihm das. Also noch einmal Aufmerksamkeit, Vorbereitung, Gefühl für das Maul. Da ist das Gefühl, ich kann mit den Fingern hier ein klein wenig spielen, um Beweglichkeit auch im Kiefer und Genick, Kiefergelenk und Genick zu generieren, auszulösen, zu fördern. Und jetzt Sitzschenkel, Sitzschenkel, Sitzschenkel und brav! Hier habe ich schon ohne Stimmhilfe das Rückwärtsverständnis bekommen. Habe ich beim Pferd dieses Rückwärtsverständnis nicht, kann ich ihm mit dem Zurücksignalgebung, der Hilfengebung, akustisch, ich sage bewusst nicht Kommando, mit dem Stimmkommando, da haben wir dann gerne die Tendenz, wir fordern, sondern es ist eine Hilfestellung akustischer Art. Damit kann ich ihm helfen, zu verstehen, was wir wollen. Und ich nehme noch einmal wieder Kontakt auf, das Pferd richtet sich auf, ist in Bereitschaft, ich werde locker. Und jetzt beginne ich mit dem Sitz, An- und Abspannung der Gesäßmuskulatur und Wadenmuskulatur. Ran, weg, ran, weg und da ist der erste Schritt und dann gebe ich ein wenig nach. Und hier ist es wichtig, das Pferd soll ja in einer diagonalen Zweitaktfußfolge rückwärts gehen. Hier gebe ich dann über einen Zügel, in diesem Fall war es der rechte, ein bisschen nach, indem ich den Ringfinger öffne. Der linke bleibt auf Kontakt und jetzt wird im nächsten Schritt rückwärts das gleiche wieder geschehen. Kontaktaufnahme, Pferd wird locker, wunderbar, Sitzschenkel, 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 Sitzschenkel. Und jetzt lasse ich die rechte Hand geschlossen, gebe links ein bisschen nach, jetzt übernehmen wir wieder Maulkontakt, Sitzschenkel, Sitzschenkel, umgekehrt und so kann ich in wechselwirkendem Öffnen der Hände, der Finger dem Pferd Entlastung geben, bei jedem Schritt, den es rückwärts geht. Eine Belohnung sozusagen, eine Rückmeldung, das hast du gut gemacht. Und das ist das Ziel der Ausbildung im Rückwärts. Und das ist das Ziel der Ausbildung im Rückwärts. Und das ist das Ziel der Ausbildung im Rückwärts. Vielen Dank.